Wir machen weiter wieder in den nächsten Kampf. Frau Wieser ist ein Bestandteil des Citroën FC Halbschwergerichts-Fournament und ist angeregt auf 308 Minuten. Die Gruppe Krasili-Rotekker-Pulsung mit Queen Bear aus Mainz. Christoph Kuholt! Die Gruppe Krasili-Rotekker-Pulsung Die Gruppseite gegen die blaue Ecke, Rapper von Team Trabao aus Bremen, Sascha Papaluka Ernst! Die Gruppe von Team Trabao aus Bremen, Sascha Papaluka, Angesicht auf Bremen Ich habe den Weide Tag vorständiger. Roten Ecke ist auf 30 Jahre alt, 1,88 m groß. Er wurde gebogen mit 91,2 kg. Sein Kampfgeport bisher ein Kampf und dann konnte er auch gewinnen. Von Zurufe Kuike aus Main, Christian Kuhl. Seine Lieber in der Blaulecke, 97 Jahre alt, 1,86 groß, geboren mit 93 Kilogramm. Er hat auf das wilden Kampfgeport bekommen. Hier kennen Sie zwei Siege, zwei Niederlagen. Fronzi Kanabau aus Bremen, SESA Papaluka-Ernst. Links zur ersten Runde, Laussois. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. So ist gut. Schönen Druck machen. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. So ist gut. Dreh dich, dreh dich. Schön gesehen, dreh dich. Dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Bein einpacken. So ist gut, so ist gut. Komm schon! Und wieder mal! Und Kopf hoch! Linkes Bein weg! Kopf hoch! Bist doch links Bein weg! Auffassen! 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 Geh hoch! Und sieh zu! Ganz schließen! Ganz schließen! Ganz schließen! Ganz schließen lassen! Ganz schließen! Schließen! Den Arm raus! Über's Bein drüber Fristock! Den Arm raus! Auffassen! Den Arm auf! So ist das! Und zu machen! Beine rüber! Komm schon! Beine rüber! Linkes Bein! Irgendwann ist es! Sehr schön! Auffassen! Knien raus! Ja! Jetzt das Bein rauf! Das Bein rauf Sascha! Beine über Kopf! So ist gut, so ist gut, mach dich schwer. So ist gut, mach dich schwer. Bein rüber, komm, bring's Bein rüber. Ende des Koppels. Das offizielle Rundleitz-Ziege, nur bei der letzten Runde in die blaue Ecke, Sascha Papayuka Ernst. Sascha, jetzt warst du heute nicht dein Erster auf den 3. Superior, aber du sagst ja, aller Punkt, dann ist es den 3. Endlich herzlich knapp. Zufrieden zum Kürzer zum Kampf? Ja, zweimal daneben gelangt, entsatzgereicht, gut geschehen. Danke, Sascha. Danke, Sascha. So, eine gute Beine auf den Schwellenwegstörnern. Erstmals drassen lassen wir da schon. Jetzt muss man ganz klar wieder mit dem Ziel herangegangen sein. Nee, ganz schön, da bin ich noch. Das sind zwei Vorkommen. Zu dem Gegner, musst du heute gewinnen. Jetzt geht's weiter. Mein Kopf war gut. Mein Kopf war gut. Ich freue mich, dass du bist. Alles klar. Vielen Dank, Sascha Papayuka Ernst.